Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020, nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes, sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anders als in westlicher Astrologie. Liebe Bea Nira, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du hier siehst, symbolisiert dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und das zeigt dein Seelenplan. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, sind die wichtigsten Lebensbereiche in deinem Leben. Das ist deine Persönlichkeit, deine Finanzen und Werte, dein Schulungen und dich behaupten im Leben. Die Prüfungen bestehen, die Schule des Lebens, dein Basis, ein Fundament, ein Zuhause. Deine Kinder, deine schöpferische Kraft, die Transformation und Loslassen, die Spiritualität und Ausland, deine Berufung, Anerkennung zu bekommen, deine Träume, Freundschaften und die Geheimnisse des Lebens. Dieses Bild bleibt, ein Geburtshoroskop bleibt so stehen. Was aber nicht bleibt, das bist du und machst Lebensschritte in sieben Jahren Perioden. Das heißt, alle sieben Jahren hast du andere Themen, was wichtig sind, andere Eindrücke, Begegnungen. Denn du befindest dich gerade in Jungfrau-Periode und das heißt, bringst du dein Leben in Ordnung und kommt auch Heilung. Nicht nur du bewegst dich im Leben, sondern auch Sonne, Mond und die Planeten. Wobei, bei dieser Art von Sonnenbewegung stimmt das gar nicht, weil die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planet heißt beweglichen Sternen und Wandelsterne. Und diese Bewegung, was man als Transit nennt, aktiviert etwas im Horoskop, löst etwas aus und genau das betrachten will. Und ich starte Mai 2019 mit Pluto. Das ist die letzte Planet in unserem Sonnensystem. Pluto ist rückläufig gerade und das zeigt karmischen Themen oder Vergangenheit. Was bei Pluto wichtig ist, was Pluto auszulöst, auf die Wesentlichen konzentrieren. Und das hast du hier im Schütze. Pluto bewegt sich im Schütze, hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Dann folgt Neptun. Neptun bewegt sich im Wassermann und aktiviert hier Wassermann-Themen und die dritten Lebensbereite. Das bedeutet Schulungen, Seminare. Entweder da Teile zu nehmen entspricht deiner Träume oder du machst diese Schulungen und du zeigst dein Wissen. Wissen, ein Austausch von Informationen und Wissen, außerdem hier dich zu behaupten bei Verwandtschaft oder bei Bekannten. Und hier kommt noch dazu die Austausch von Informationen, auch Lernen, etwas Lernen, auch in der Schule des Lebens, dieser Prüfungen zu bestehen. Und bei Neptun heißt es, deine Träume verwirklichen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das erlebst du hier immer wieder. Oder verändert sich etwas mit deiner Kindheit oder du hast einen ganz anderen Einblick oder anderen Eindruck an deiner eigenen Kindheit. Oder du lebst deine schöpferische Kraft, deine Kreativität oder endlich kannst du dein Leben genießen, auch die Partnerschaft. Saturn ist der Planet der Schicksal, hütet den Karma. Saturn ist rückläufig, aktiviert karmischen Themen und Vergangenheit und Erinnerungen. Und Saturn bewegt sich auch hier im Schütze, formet deine Persönlichkeit gerade. Wenn wir schon bei Karma sind, dann muss ich auch die beiden karmischen Knoten erwähnen. Ich nehme das jetzt raus von dieser Position von Geburtshoroskop und zeige ich die Bewegung, weil die beiden Mondknoten bewegen sie sich auch. Und zur Zeit bewegt sich Keto, dieser Drachenkörper, dieser absteigenden Mondknoten, das was mit Vergangenheit was zu tun, bewegt sich dieses Jahr. Und Jahr 2020 im Schütze, also ziemlich lang, ziemlich lang befindet sich hier Keto und hier diese Erinnerungen. Das löst etwas aus in dein Persönlichkeit. Du lernst auch, deine Persönlichkeit zum Leben, das im Ausdruck zu bringen. Und wenn hier Erinnerungen kommen, wie deine Talente, Fähigkeiten, dann ist es für dich wichtig, da zu behaupten, das im Ausdruck zu bringen. Und der Drachenkopf, was die Seele gerade sucht, was die Seele braucht, und das ist jetzt die Zeitqualität, dieser Drachenkopf oder Raku oder aufsteigende Mondknoten, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillinge. Und hier aktiviert bei dir Partnerschaft. Jupiter ist auch rückläufig. Normalerweise, Jupiter vermehrt etwas, vergrößert etwas. Aber diese Rückläufigkeit bremst es. Wenn du das vorhast, etwas vermehren, dann sagt Jupiter, oh, warte noch, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht kommt noch etwas Besseres. Oder du sollst noch etwas überprüfen. Schau mal, was ist noch in Vergangenheit offen. Jupiter löst auch rechtliche Themen. Immerhin vertritt die Gerechtigkeit und die Gesetze. Jupiter ist hier in Skorpion und hier handelt es sich um die Tiefe. Skorpion geht in die Tiefe, Gefühle. Und das wird Jupiter natürlich vergrößern, obwohl jetzt diese Rückläufigkeit bedeutet, auch, dass das nicht aufhalten und nicht übertreiben, also nichts übertreiben jetzt gerade, wenn das die Gefühle betrifft. Aber diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, alten, karmischen Themen oder Vergangenheit, Erinnerungen an die Kindheit. Und hier natürlich dein Geburtsmond im Skorpion, das kann auch Mutterthemen sein. Mars setzt etwas in Bewegung. Und diese Marsenergie haben wir Frauen auch, wir brauchen auch die Marsenergie, weil damit können wir uns behaupten oder uns durchsetzen. Mars ist im Stier. Und hier aktiviert Stierthemen und das ist Besitz oder Finanzen oder etwas in Besitz nehmen oder dich behaupten, durchsetzen für deinen Besitz. Aber bedeutet auch Gesundheit und Arbeit, dass du da deine Kraft einsetzt. Mars bedeutet auch Mann. Wenn Mars im Geburtshoroskop ist, dann symbolisiert der Partner. Und bei dieser Bewegung, bei diesem Transit kann aber andere männliche Personen oder Personen sein. Aber die sind männlich. Entweder ein Arbeitskollege, gerade hier im sechsten Lebensbereich, wo es um Arbeit handelt. Oder kann auch ein Arzt sein. Immerhin hier ist auch die Gesundheit. Oder Mars natürlich kann auch andere männliche Personen sein, wie ein netter Nachbar oder ein guter Freund. Und also bei dieser Bewegung kann außer Partner auch andere männliche Personen auch bedeuten. Aber auch der Partner kann natürlich auch sein. Hier eine männliche Person kommt auf dich zu und ist im beruflichen Umfeld. Venus ist eine weibliche Energie, zeigt natürlich unsere Weiblichkeit, auch unser Aussehen, wie zum Beispiel neue Kleider, anderen Haarschnitt, Körperpflege. Das ist alles Venus-Energie. Venus hat einen Einfluss auf Kunst, Kreativität, Schönheit. Bei Venus-Einfluss bringen wir etwas in Harmonie oder leben wir in unserer Kreativität oder wir verschönern etwas und bedeutet auch anderen Frauen, gerade bei dieser Bewegung. Venus ist auch die Liebesplanet und das kann auch etwas auslösen im Horoskop, was mit Liebe Partnerschaft was zu tun hat. Venus befindet sich in Fischen und hier ist wichtig, auf den Fischen Energie achten, im Vertrauen des Fluss des Lebens. Oder hier im vierten Lebensbereich natürlich auch etwas Verschönern zu Hause. Merkur ist auch hier in Fischen und das kann bedeuten, Gespräche über Gefühle oder gefühlsvolle Gespräche oder Gespräche führen, was die Wohnsituation betrifft oder einen Vertrag unterschreiben. Sonne zeigt die Monatsthemen, ist im Wider, aber jetzt sind wir bei Mitte Mai schon und ab heute ist schon im Stier. Aber ich setze noch im Wider, weil Anfang Mai war noch im Wider, aber nur zum Hinweis, das Mitte des Monats übergeht dann im Stier, wechselt die Monatsthemen von Wider auf Stier. Bei Wider-Energie bedeutet die Monatsthemen Neuanfang hier in diesem Lebensbereich, wo es um Kinder auch geht. Natürlich kann das auch ein Thema sein, bei Stier-Energie, das werde ich dann beim nächsten Monat, wie ich die Monat beschreibe, dann erklären. Dann die Mondbewegung. Ich betone jetzt Neumond, Vollmond und Halbmond. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond bedeutet, da wird etwas beleuchtet und genau da sollen wir hinschauen. Es sind vage Themen wie Gerechtigkeit oder inneren Gleichgewicht oder Kreativität, Harmonie und Frieden, etwas in Harmonie bringen oder liebe Partnerschaft. Bei dir kommt noch dazu der 11. Lebensbereich und das heißt Freundschaften oder deine Wünsche vertrauen. Das sind die wichtigen Themen und dieser Vollmond beleuchtet das. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond stehen in einer Spannung und das spüren wir auch. Und das für dich bedeutet hier den zweiten Lebensbereich. Entweder möchtest du, dass du Wertschätzung bekommst und es kommt nicht oder jemand versucht, dich klein zu halten. 27. Achte aber auch auf deine Finanzen, dass du in diesem Tag überlegst, wo gibst du Geld aus oder pass auf dein Geld, nicht dass es verloren geht oder kommt ein Diebstahl zum Beispiel. Das bringt auch alles aus dem Gleichgewicht und führt dazu, dass diese Unruhe kommt. 28. Achte darauf, dass du in diesem Tag nichts unterschreibst, was mit Finanzen was zu tun hat. 29. Juni Venus befindet sich im Wider. Das zeigt hier auch Lebensfreude oder Leidenschaft, aber auch die Verbindung zu Kindern, etwas Kreatives mit Kindern tun oder deine eigene Kreativität. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist Stier und das ist Besitz, Finanzen oder die Ruhe bewahren, das Leben genießen und das erlebst du im Alltag, das erlebst du hier in Arbeit und dann kommt noch die Merkur-Energie dazu, Gespräche im Arbeitsplatz oder ein Arbeitsvertrag oder ein Arzttermin. Maas ist in den Zwillingen, das kann bedeuten, dass eine männliche Person kommt auf dich zu, hat einen Einfluss auf dein Liebesleben. 30. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist. In dieser Rückläufigkeit sollen wir noch etwas gut überlegen, sollen wir, sollen wir nicht oder etwas über, nicht nur überlegen, sondern etwas überprüfen. Diese Rückläufigkeit hat oft einen Hinweis auf die Vergangenheit. Entweder kehrt jemand zurück von Vergangenheit oder haben wir dieselben Themen, wie schon mal war. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Hier ist die Neptun-Energie. Hier handelt es sich um deine Träume, deine Visionen, deine Kreativität. Überlegen, wie kannst du das in Gestalt bringen oder wie kannst du das vermitteln, wie kannst du dich damit behaupten. Behaupten. Kann auch bedeuten, dass das noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, sondern du sollst daran noch arbeiten oder noch mehr verinnerlichen. 3. Juni ist Neumond im Stier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation und das hier im Stier. Und überlegen, was ist für dich wertvoll, was möchtest du im Besitz nehmen, wie ist es mit deinen Finanzen und auch über Arbeit und Gesundheit. Und bei Gesundheitsthemen ist wichtig, diese Stierenergie, die Ruhe bewahren, auch mal die Tage genießen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, das ist Spannung und das erlebst du hier. Entweder kommen die Löwe-Themen in Vorschein, wo du dann anfangst an dir selbst zu zweifeln und hast dieses Selbstbewusstsein, nicht dieses Selbstbewusstsein auftreten oder Spannung im Reisen oder in deinen Glaubenssätzen, dass du nicht mehr daran glaubst, was du vorstellst. Anfangs daran zu zweifeln. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion, beleuchtet diese Themen alles, was im Verborgenen ist oder zeigt, wie wichtig es ist, dass du zurückziehst und bewahrst die Ruhe. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, eine gewisse Spannung. Das kann bedeuten, dass alles so hektisch sind und das ist gut, wenn du zu Hause bleibst und dich ausruhst. Oder kommt etwas, was mit deiner Wohnsituation was zu tun hat und bringt das aus dem Gleichgewicht oder ein Reparatur im Haus. In diesem Monat Juni passiert was Wichtiges. Pluto und Saturn befinden sich auf diesem Knoten und das symbolisiert die Vergangenheit, alte Karma, all das, was wir schon im früheren Leben erlebt haben und all das, was in der Kindheit wir erlebt haben. Dazu ist noch Pluto rückläufig und Saturn ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Und sie bilden sich hier eine sogenannte Konjunktion und das bedeutet, sie treffen sich und sie wirken zusammen. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun und das hat auch einen Einfluss auf deine Persönlichkeit und spiegelt etwas, was die Partnerschaft betrifft. Das kommt auch noch dazu, weil das wird auch noch gespiegelt gleichzeitig. Juli Juli Sonne und Venus ist in Zwillingen Monatsthema ist die Partnerschaft Und Venus ist die Liebesenergie Mars und Merkur ist im Krebs Und das kann bedeuten, dass du Kraft brauchst und zieh dich zurück im Ruhelicht die Kraft und das, was du lernst auch, kann auch bedeuten, dass du Termine hast, Verträge und da musst du deine Kraft einsetzen. Oder hast du Gespräche mit einer männlichen Person und das hat mit Ämtern was zu tun. Aber hier im 8. Lebensbereich handelt es sich auch um Themen wie Intimität und Mars hat auch natürlich einen Einfluss auf das Liebesleben. 8. Juli ist Merkur rückläufig und das kann bedeuten, dass du auf Termine wartest und das verschiebt sich oder die Sache geht nichts voran im Ämtern. Kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit und bekommst eine Nachricht. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben, auf Partnerschaft und hier ist die Nachdenklichkeit, der Rückzug, das kann auch dein Rückzug sein, auch sein Rückzug oder meditieren über die Liebepartnerschaft oder dass ihr beide zurückzieht. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, das ist hier oben und das bedeutet, in diesem Tag hast du das Gefühl, du bist übersehen oder zweifelst daran, deine Ziele zu erreichen oder bist unsicher, wo liegt überhaupt deine Berufung. Wie kannst du das verwirklichen? 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Wieder kommt alles wieder hoch von Vergangenheit. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, das ist eine gewisse Unsicherheit und das ist besser zurückziehen, zu Hause bleiben oder gibt Spannung zu Hause oder kleine Reparatur. 25. Juli ist August, Sonne, Mars, Venus ist im Krebs, Monatsthema ist Loslassen, Lernen, nicht alles festhalten. 25. Juli ist August, wenn Mars, Venus auch hier ist, das kann auch die Intimität bedeuten und Merkur ist in Zwillingen, das ist rückläufig, war Merkur, kehrte wieder zurück und das kann bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben. 25. Juli wird Jupiter direktläufig und das ist hier alles, was im Verborgenen ist oder alles, was du verheimlichen wolltest oder was dich so bedrückt, weil hier sind auch geheime Feinde, dass das endlich kommt Gerechtigkeit und geht alles voran. 25. Juli wird Uranus rückläufig und das heißt, wenn du etwas verändern möchtest, dann sollst du noch überprüfen oder wenn unerwartete Ereignisse kommen und du bist nicht vorbereitet und kommen Veränderungen, das wirft dich ein bisschen zurück, macht dich unsicher. 25. Juli ist Neumond im Krebs, hier ist nachdenklich zu sein, was sollst du überhaupt loslassen, was sollst du befestigen oder nachdenklich sein über Finanzen, wie bringst du das in Ordnung, wie klärst das im Finanzamt oder wie regelst die Bankangelegenheiten. 27. Juli ist Halbmond im Waage, das ist wieder Spannung, entweder mit Freunden oder in einem Verein oder du hast Wünsche und fangst anderen zum Zweifeln. 15. Juli ist Vollmond im Steinbock, Thema Werte und Finanzen wird beleutet, da sollst du genau hinschauen. 23. August ist Halbmond im Wetter, entweder Spannung mit Kindern oder du sollst etwas spielerisch betrachten und da zweifelst daran, ob das klappt, da kommt ein gewisser Strenger dazu. 30. August ist Neumond im Löwe, hier und wird von Regulus bestrahlt und das heißt, Regulus, dieser königliche Stern, ist das Herz der Löwen. Und bei diesem Neumond, wo es um Nachdenklichkeit geht und Meditation, sollst du um deine Herzensangelegenheiten nachdenken. 31. September Sonne, Mars, Venus und Merkur, alles ist im Löwe und aktiviert Themen, Reise oder Innenreise, Spiritualität oder religiösen Themen oder dein Glaubensätze. 19. September wird Saturn direktläufig und das hat eine große Bedeutung, weil Saturn hat einen Einfluss auf unserem Schicksal. Und so lange bis das noch rückläufig war, das war alles gebremst oder waren noch Themen von Vergangenheit. Und hier ändert sich die Richtung und endlich geht alles voran und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder deine persönliche Umgebung. 6. September ist Halbmond in Skorpion und das bedeutet Unsicherheit, Spannung. Dann sollst du zurückziehen, die Ruhe bewahren. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Das wird beleutet, Thema Schulungen, Bildung, Informationen, Nachrichten. 22. September ist Halbmond im Stiel, Spannung im Alltag oder in Arbeit oder bei Gesundheit ist wichtig, die inneren Gleichgewicht, die innere Ruhe bewahren. 28. September ist Neumond im Löwe. Das ist Rückzug, Nachdenklichkeit, wohin geht die Reise. 28. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau und aktiviert Themen wie Heilung oder etwas in Ordnung zu bringen. Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass hier die liebe Partnerschaft ist sehr wichtig. Das steht im Mittelpunkt, das sind deine Wünsche, deine Ziele auch. Oder dass es wahrgenommen wird. Du als Frau auch. Merkur ist hier im Waage. Und das bedeutet, du lernst, deine Wünsche zu verwirklichen. Oder hast du Gespräche mit Freunden oder es ist eine Gruppe wie ein Verein zum Beispiel und da unterschreibst du einen Vertrag. Das ist natürlich auch möglich. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Hier, das ist dein Aszendent und das würde bedeuten, entweder nervt dich jemand und fühlst du dich unsicher oder du solltest dich behaupten. 13. Oktober ist Vollmond im Fischernthema. Wohnsituation wird beleuchtet. Das sollst du genau hinschauen. Vielleicht muss etwas verändern. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen. Das ist Spannung in Partnerschaft. Oder du fangst anderen zu zweifeln. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau hier. Und es ist besser zurückhaltend sein, nicht in die Öffentlichkeit auftreten. Oder nachdenklich zu sein über deine Wünsche und Ziele oder über deine Berufung. November, Sonne ist im Waage, Monatsthema ist Gerechtigkeit, Liebe, Partnerschaft, Kunst, Kreativität, Wünsche, Sehnsüchte, Freundschaften. Mars ist im Jungfrau, also bleibt hier im Jungfrau. Das kann bedeuten, dass ein männlicher Person begegnet, du im beruflichen Umfeld. Oder du musst dich behaupten, dass du Respekt bekommst, Anerkennung, Ansehen. Merkur und Venus ist im Skorpion. Das ist hier mehr die Rückzug. Aber in diesem Lebensbereich sind auch die Geheimnisse. Entweder eine Frau erzählt ihre Geheimnisse. Oder du hast dein Liebesgeheimnisse, sollst du aber schweigen. Kann auch bedeuten, dass du hier geheime Feinde hast. Und das ist eine weibliche Person. Und sie redet hinter deinem Rücken. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist wieder direktläufig, ändert sich die Richtung. 28. November wird Neptun direktläufig. Und das bedeutet, all das, was du vorhast, endlich kommt in Bewegung. Kannst du das Verwirklichen deiner Träume leben, vorausgesetzt ist. Du glaubst daran. 4. November ist Halbmond in Steinbrück. Achte auf die Werte, Finanzen und sei vorsichtig bei diesem Halbmond. 12. November ist Vollmond im Wider. Thema Kinder, Lebensfreude, Kreativität wird bei Leuten. Also genau, hinschauen. 19. November ist Halbmond im Krebs. Und das kann bedeuten, du solltest was loslassen. Du neigst aber dazu festzuhalten. Oder hast du Themen mit Ämten. Und das sind Spannungen. 26. November ist Neumond im Wage. Gehalte dich zurück von Freundeskreis, Bekanntenkreis oder von Gruppe von gleichgesinnten Menschen. Oder sei nachdenklich. Woran liegen deine Wünsche? Was sind überhaupt deine Wünsche? Oder im Freundeskreis, wen kannst du vertrauen? Wen kannst du nicht vertrauen? 27. Dezember. Jupiter übergeht im Schütze und das bedeutet für dich Glück. Jupiter bleibt etwa ein Jahr lang im Schütze. Also bringt dir mehr Chancen, mehr Möglichkeiten. Aber Jupiter vermehrt auch etwas und diese Zeit, achte auf den Körper, denn das kann auch bedeuten, dass du in dieser Zeit etwas zunimmst. Mars und Merkur ist im Wage. Und das kann dein Wunsch sein. Die Liebe Partnerschaft und das hat mit diesem Mann etwas zu tun. Kann auch bedeuten, dass du hier Gespräche hast mit einer männlichen Person. Sonne ist in Skorpion. Das sind Themen. Was mit deiner Mutter etwas zu tun hat. Immerhin dein Geburtsmond ist hier im Skorpion. Und diese Sonne aktiviert das auch. Und es handelt sich hier in diesem Bereich um die Geheimnisse. Die tiefe Geheimnisse erkennen. Und da die Augen öffnen. Sonne lässt die Augen öffnen. Macht etwas sichtbar. Und Venus befindet sich im Schütze. Und das heißt, du bist als Frau wahrgenommen oder ändert sich etwas in deinem Aussehen. 4. Dezember ist halb Mond im Wassermann. Es ist schwierig, dich zu behaupten. Das Leben stellt dich in Prüfung. Oder hast du Spannung in Verwandtschaft? 12. Dezember ist halb Mond im Stier. Beleuchtet Themen wie Werte, Wertschätzung, Finanzen, Arbeit und Gesundheit. 19. Dezember ist halb Mond im Löwe. Und das bedeutet, dass du unsicher bist, wohin geht die Reise überhaupt. Oder du hast Glaubenssätze und fangst anderen zum Zweifeln und neigst dazu, das zum Aufgeben. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Und das bedeutet für dich, nachdenklich zu sein über dein Auftreten, über deine Persönlichkeit und auch deine Lebenserwartungen. Januar 2020. Mars ist in Skorpion und das bedeutet, entweder du fühlst dich kraftlos und brauchst den Rückzug in Ruhe. Ruhe liegt die Kraft. Oder ein männlicher Person erzählt etwas über seine Geheimnisse. Oder kennst du jemanden und das soll im Geheimen bleiben. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und mit dieser Marsenergie musst du dich aber auch behaupten. Sonne, Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist deine Persönlichkeit mit Merkur-Energie, entweder dass du andere davon überzeugen sollst, oder Erwartungen hast, dass die anderen auf dich zuhören. Bedeutet auch, dass du mehrere Gespräche hast, Kontakte, Kommunikation ist wichtig. Und Venus ist im Steinbock. Das kann bedeuten, dass du durch Kreativität Geld bekommst, aber es kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Februar 2020 Sonne ist im Steinbock. Und Monatsthema ist Werte, Wertschätzung, Finanzen. Und Venus, Merkur ist im Wassermann. Und das kann auslösen, dass du lernst etwas, hast du Kontakte mit anderen Frauen, oder du gibst dein Wissen weiter. Kann auch bedeuten, dass du als Frau dich behaupten musst gegen Rivalinnen oder Konkurrenten. März 2020 Saturn und Pluto verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock. Sie bleiben ziemlich lang hier und aktivieren Themen deine Werte, Besitz und Finanzen. Sonne, Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist Bildung, Informationen, Austausch von Informationen oder Medien. Und Venus ist im Wider. Und das heißt hier Lebensfreude oder die Liebe genießen. April 2020 Venus übergeht im Stier. Und das zeigt deine Kreativität im Alltag oder in Arbeit. Oder hast du Kontakt mit einer weiblichen Person. Wenn das um Gesundheit geht, kann bedeuten, dass du Termin hast bei Frauenarzt. Mars war im März hier im Schütze. Das habe ich jetzt übersehen. Und April ist aber schon im Steinbock. Im Schütze bedeutet dieser Mars-Einfluss, dass entweder musst du dich behaupten oder du setzt etwas in Bewegung oder machst du Sport oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf dein Aussehen oder an deine Persönlichkeit. Das war März und jetzt April ist Mars schon im Steinbock. Dann kommen die Steinbock-Themen dazu, deine Zielerreichung da, deine Kraft einzusetzen oder um die Finanzen kümmern. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Finanzen. Und Sonne, Merkur ist hier im Fischenmonatsthema ist eine Wohnsituation, da sind mehr Gespräche oder du ziehst dich zurück und lernst du etwas oder hast du Verträge, was mit der Wohnung was zu tun hat oder Einrichtung oder Reparatur und da kommt ein Vertrag auf dich zu oder Gesprächenterminen. und Mai Sonne und Merkur ist im Widerl. Monatsthema ist die Kindheit, die Erinnerungen oder die Verbindung zum Kinder. Und Venus übergeht in Zwillinge und aktiviert Thema Liebe Partnerschaft. Liebe Beanira, so könnte ich deine Jahreshoroskope schreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.